Du hast sicherlich irgendwann mal schon in deiner Golferkarriere gehört, man soll im Aufschwung das Gewicht nach rechts verlagern und dann nach links. Also zuerst nach rechts und dann nach links. Und diese Information ist eine, die den meisten Golfern leider überhaupt nicht gut tut und auch nicht der Wahrheit entspricht. So funktioniert das einfach nicht. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass ich in den Monaten November und Dezember wieder ein Online-Coaching anbiete. Unten in der Beschreibung findest du einen Link mit mehr Informationen. Ich möchte, dass du den Unterschied zwischen einer Gewichtsverlagerung und einer Druckverlagerung verstehst. Und zwar, wenn ich jetzt hier so stehe, im statischen Zustand, ist mein Gewicht ja im Prinzip genau zwischen meinen Füßen, man kann sich das hier unten am Boden vorstellen und mein Druck ist auch genau hier in der Mitte. Wenn ich jetzt zum Beispiel so aufschwinge, dass mein Oberkörper nach rechts geht, im Aufschwung, also so, dann ist mein Gewicht ja zu 100% jetzt am rechten Fuß. Und wenn ich jetzt nach links so gehe, mein Oberkörper hier nach links bringe, dann ist mein Gewicht zu 100% am linken Fuß. Übrigens ist mein Druck bei derselben Methode hier auch zu 100% rechts. Und auch hier zu 100% links. Aber ich kann so schwingen im Golfschwung, dass mein Druck rechts ist, aber mein Gewicht links davon. Wie geht das? Ich zeige es dir. Und zwar, wenn ich mich jetzt so hinstelle und du fixierst jetzt meinen Kopf hier quasi, und ich hebe jetzt ganz kurz meinen linken Fuß hoch, dann habe ich für einen ganz kurzen Moment 100% Druck am rechten Fuß gehabt und mein Gewicht war links davon. Und das ist genau das, worum es beim Golf geht. Nicht, dass wir das Gewicht nach rechts bringen, sondern dass wir den Druck nach rechts bekommen. Und in der Theorie ist es so, je mehr mein Gewicht links ist von meinem Druck, desto mehr Momentum habe ich im Golfschwung, um Kraft zu erzeugen. Das ist eine Strategie, die die Profigolfer immer wieder verwenden in ihrem Golfspiel. Und zwar, man sieht eigentlich nie Golfer, die ihren Kopf nach rechts bewegen, ihren Oberkörper nach rechts bewegen, sondern sie strecken sich mit dem Oberkörper, bleiben im Kopf hier und machen ihre linke Seite leichter, ihren linken Fuß leichter. Wie machen sie das? Sie machen das, indem sie die linke Ferse ein wenig heben und dabei gleichzeitig ein wenig ins Knie gehen. Dieses ins Knie gehen ist nichts anderes als eine kleine Fallphase. Wenn ich jetzt quasi so mache, dann bin ich gefallen, ich bin gestolpert und im Prinzip ist es dasselbe. Wenn ich jetzt hier ins Knie gehe und auf den Fußballen drücke, dann werde ich für einen ganz kurzen Moment leichter in der linken Seite und mein Druck wandert nach rechts. Mein Gewicht kann dabei links bleiben. Und das bietet mir wahnsinnige Vorteile für den Golfschwung. Und zwar, ich kann es damit schaffen, dass ich meinen Körper weit genug links habe, dass ich den Boden weit genug links treffe. Würde ich jetzt zum Beispiel meinen Oberkörper nach rechts verlagern und dort stehen bleiben, haue ich hier in den Boden rein, rechts vorne, kannst du sehen. Würde ich aber jetzt hier meinen Kopf hier lassen, also mich strecken und seit beugen und würde jetzt ins Knie gehen links und die Ferse etwas heben, dann falle ich jetzt eigentlich auf meinen linken Fußballen drauf und das gibt mir jetzt eben die Möglichkeit, dass ich jetzt den Boden weiter links treffen kann. und das hilft mir dabei, den Ball wesentlich besser zu komprimieren und bessere Schläge zu machen. Das Ganze klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Du musst einfach nur verstehen, dass du nicht mit dem Oberkörper nach rechts willst und was du auch nicht möchtest, ist, dass du das Timing falsch hast. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ein Aufschwung bei einem Profigolfer ja nicht länger dauert wie 0,75 Sekunden und von hier oben bis zum Ball dauert es normalerweise eine Viertelsekunde. Das heißt, der ganze Schwung dauert von hier bis hier circa eine Sekunde bei Profigolfern. Und das sieht man so ziemlich durch die Bank. Ja, es gibt vielleicht ein paar kleine Ausnahmen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen im Aufschwung, aber es ist nicht sehr viel, worum es sich reißt. Jetzt überlege einmal, wenn du jetzt zum Beispiel dein Gewicht im Aufschwung nach rechts bringen würdest, sprich dein Oberkörper nach rechts bringen möchtest und du hättest 0,25 Sekunden jetzt Zeit, wieder nach links zu kommen und dich zu organisieren, dann wünsche ich dir viel Glück damit. Das wird nicht funktionieren. Du wirst keine Chance haben, wenn du dein Gewicht nach rechts verlagerst, im klassischen Sinn, dein Oberkörper nach rechts bringst. Es wird sich einfach von der Zeit nicht ausgehen und du wirst einfach mit unkonstantem Golf belohnt. Dabei könnte es so einfach sein. Du brauchst nur schauen, dass du den Druck nach rechts bringst, indem du die linke Seite leichter machst und dann hast du alle Möglichkeiten, um druckvoll den Ball zu schlagen. Ich möchte dir jetzt noch eine Übung zeigen, wie du das gut machen kannst, gut lernen kannst. Da sind diese Stepdrills perfekt. Und zwar möchte ich, dass du dich hinstellst in eine Ansprechposition. Dann gibst du den linken Fuß zum rechten Fuß, also zum hinteren Fuß. Und jetzt geht es darum, dass du eben sehr früh den Druck nach links bekommst. Das heißt, du wartest jetzt nicht, bis du hier oben bist mit dem Aufschwung und dann steigst du dann gleich nach links. Nein, du machst es fast sofort. Und zwar hier in der Phase, wenn der Schläger wegschwingt, das ist der Ort jetzt, wo du hier beginnen wirst, dass du jetzt wieder zurück auf die linke Seite zurücksteigst und dich drauf fallen lässt. Das heißt, das schaut dann so aus. Okay, ich mache es nochmal vor. Also hier stehe ich ganz normal da. Linker Fuß geht zum rechten. In dem Bereich passiert. Hier steige ich wieder zurück und bringe den Druck wieder nach links. Das wird dir das Gefühl geben, was du brauchst, damit du nicht hier rüber musst. Und du möchtest auf alle Fälle schauen, dass du im Golfschwung sehr früh links bist und nicht lange rechts verharrst. Dieses rechts, wie gesagt, ist nur so ein kurzer Moment, wo du dich quasi fallen lässt. Und für diesen kurzen Moment bist du eben kurz rechts, aber es hat nichts mit einer klassischen Gewichtsverlagerung zu tun. Wenn dich das Thema Gewichtsverlagerung interessiert, da habe ich hier eine Playliste für dich erstellt. Die kannst du dir anschauen. Da sind einige interessante Videos zum Thema Gewichtsverlagerung und auch zum Thema Körperdrehung, die du unbedingt anschauen solltest. Und ich hoffe, ich sehe uns dann drüben gleich auf der anderen Seite. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.